Robert Lewandowski und auch der Mario Götze, die sind jetzt schon beide beim FC Bayern München. Hier ist noch der letzte verbliebene Superstar, der als Produzter Dortmund. Wollt ihr nicht auch zum FC Bayern München wechseln? FC Bayern München? Ja, da möchte ich natürlich auch hin wechseln, das ist doch ganz klar. Der FC Bayern München ist ein Riesenverein, die zahlen ja auch Riesengehaltschecks. Und man darf nicht vergessen, der Mario und der Robert, das sind beides meine besten Freunde. Ich habe mit denen schon Pyjama-Partys gemacht im Hotelzimmer, habe mit denen richtig viel Spaß gehabt. Und da macht das Spiel sicher auch wieder mehr Spaß für mich, denn mit mehr Gehalt und mit meinen zwei Freunden zusammen. Was soll denn da noch viel passieren? Und deswegen möchte ich durchaus auch zum FC Bayern München wechseln. Danke. Der FC Bayern München ist aber so, es ist nämlich ein großer Verein und wir wollen ihn schließlich dort bewerben. Ich meine, so schnell kommt man da jetzt rein. Ja, ich habe ein Bewerbungsvideo gemacht und das sehen Sie auch schon hier, das habe ich extra vorbereitet. Das tunnele ich ihm wunderbar, schießt schön durch die Beine. Das Tor gefällt mir richtig gut, das habe ich jetzt dem FC Bayern München mit einem großen Herz auf ein Paket gesendet. Jetzt sehen Sie jetzt auch gleich, da schreie ich auch schon wieder ganz laut. Mario! Das ist gerade das große A, weil ich hoffe halt, dass er mich irgendwie auch in München hört, weil wir sind ja doch Seelenverwandte. Und ich freue mich einfach nur schon auf die Pyjama-Partys, wie schon gesagt, das ist das Wichtigste. Das große Dortmund ist aber jetzt doch eine ziemlich große Familie, weil er auch schon im Superstar gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist das nicht irgendwie eine Art Hochfahrt, oder wie sehen Sie das, Herr Reus? Große Familie, das ist mir eigentlich jetzt völlig egal. Ich möchte aber mit Robert und ich möchte auch mit Mario zusammenspielen, das ist ein großer Wunsch von mir. Und da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken, dass das rote Dressa passt gut zu mir. Der Philipp ist ein total sympathischer Kerl und mehr zählt für mich gar nicht. Und damit möchte ich das Gespräch beenden. Aja, Trottl, bis da noch. Danke. Danke und tschüss. Mein Tschüss, der Trottl.